Mein Name ist Janina Jorle, AAN. Ich bin hier im Korengetal, dem in Nasir. Seit Jahren finden auf diesem Boden erbitterte Kämpfe stand. Ressourcen, Arbeit, Hunger und Drogenhandel sind alltägliche Gegebenheiten dieser Bürger. Seit zwei Wochen sind wieder erbitterte Kämpfe zwischen den Taliban und einer Einheit der 11. Mountain Division aus... Ach, ich muss das nochmal machen. Das ist gut, das schneiden wir nachher raus, Frau Orle. Das ist gut. Das kann so nicht gehen. Es ist viel zu heiß auch. Cola Light für unsere Präumadonna. Fussel, hol mir mal eine Cola. Das ist auch echt... Hier überall fliegen Insekten. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin hier einfach hingeschickt worden und das... Dankeschön, Fussel. Das ist doch schon viel besser. Das war wirklich gut, Frau Orle. Das war wirklich gut. Ja, war das jetzt für die Kamera auch wirklich gut? Das muss perfekt sein einfach. Ja, das war perfekt. Kann man jemand bitte die Klimaanlage anmachen? Weil die US-Tropen interviewen können, nachdem unsere Konkurrenz von BBC uns immer alle die ganzen Dokus da weggeschnappt hat. Das ist unfassbar. Die haben uns einfach auch viel zu spät hier hingeschickt. Seit zwei Wochen sind hier schon Kämpfe. Aber wir von ALN, wir kriegen das... Wir kriegen jetzt die Story unseres Lebens, denn wir haben keine Angst, keine Furcht, solange wir, ja, nicht selbst mitkämpfen müssen. Ja, natürlich. Wieso trage ich eigentlich diesen Anzug? Ich habe mir gedacht, dass das hier ein bisschen zivilisierter ist. Wieso hast du die Klimaanlage schon angemacht? So ist es echt heiß. Nee, die ist ausgefallen. Wie, die ist ausgefallen? Ja, unser, unser Chef wollte uns keinen vernünftigen SUV geben und hat uns an irgendeinem Müllding. So was muss man hier arbeiten, ey. So, ich schaue mal eben auf die Karte, die mir dieser Einheimische gegeben hat. Also wir müssen gleich an eine Kreuzung kommen. Ja, das sieht sehr gut aus. Und hier können wir vielleicht unsere ersten Interviews führen. Habt ihr das gerade gehört? Nein. Hier rechts rum? Ja, nee, hier rechts rum. Ja, genau, fangen wir hier rechts rum. Ah, da ist ein Lebensmittelladen. Vielleicht können wir da auch unsere Vorräte aufstocken. Wir haben heute geklaut. Können wir das über die Kultur aufnehmen? Oh, stinkt schlimmer als es aussieht. Fussel, du bist doch arabisch kundig. Genau, du könntest vielleicht mal... Oh. Da wurde schon geschossen. Oh. Chef? Unsere Story, Leute. Das ist unsere Story. Okay. Wir können endlich ein amerikanisches Team interviewen. Das ist doch was. Was ist da hinten los? Fussel, wo ist die Kamera? Oh, ich sehe ein Apache. Seht ihr das? Das ist einer dieser amerikanischen Helikopter. Machen die Amerikaner wieder ganz kaputt hier? Die sind wegen der Tag. Was für drei? Ich hasse, ich hasse alle. Ich hasse Tadys. Gut, okay. Wir fahren mal in Richtung dieser Explosion. Vielleicht finden wir heraus, was da los ist. Und können endlich mal unsere Story bekommen hier. Die macht das Land kaputt. Moment, ich muss erstmal den... Das Ganze kommt mir wieder rein. Los. Los, schmeiß rein und dann weiter. Was sind das? Was macht ihr hier? Oh Mann, die sind... Wieso bewerfen die uns mit Scheinen? Los, fahr los, fahr los. Fahr, 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 fahr. Los. Oh Mann, jetzt hier rechts. Was ist das denn? Amerikaner, sehr gut. Amerikaner. Ist das die 11. Mountain Division? Ja, das ist die, die operiert hier in diesem Gebiet. Kamera an. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein altes Funkgerät habe. Lieutenant Marinus, sind Sie das? Wir haben vorhin miteinander telefoniert. Positiv, das ist in mir. Sind Sie die von der Pressefrage gekommen? Ja, was sind wir von der Presse? Von AAN News. Haben wir Erlaubnis, uns zu nähern? Positiv nähern Sie sich. Klasse. Das ist sehr nett von Ihnen. Wir dürfen da jetzt echt füllen. Okay, okay. Fussel, fussel. Höhle die Kamera, los. Auto, los. Ja, ich habe alles dabei schon. Okay, super. Also diese neue Ausrüstung, die am Mann liegt, das ist echt toll. Ja, ich habe die Sendik, die Sendik haben dabei. Ja, mein Name ist Janina Jorle. Wir stehen jetzt hier bei der 11. Mountain Division. Bei der Einheit, die kurz davor ist, das Dorf zu stürmen. Es wird richtig kritisch hier und ziemlich spannend. Ja, guten Tag. Eher einen Vorgesetzten suche ich. Ja, der regelt da hinten gerade. Ja, der steht neben mir. Oh, du stehst neben mir, okay. Äh, Jan Sprechpartner wird heute mein Stellvertretender und Polizistin weiter sein, da ich selber hier relativ viel zu tun habe. Des Weiteren, wir werden den Einsatz hier gleich fortführen müssen und hier mit uns nicht lang aufhalten, da wir definitiv jetzt langsam da rein müssen. Ah, Sie sind Lieutenant Mil-Arinos? Positiv. Positiv, okay. Ja, wir haben es hier wohl mit richtig... Also Sie gehören keine Reserve-Einheit an. Ja, wir haben auch mit dem Regativ. Wir haben erlaubt, um das hier zu filmen, ja? Ja, positiv haben Sie. Nur, ähm, wir werden jetzt fortsetzen. Das heißt am besten, äh, wenn Sie auf Ihr Fahrzeug auffolgen, oder was auch immer Sie machen wollen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt fortsetzen. Okay, ja. Ja. Okay, Boss, ich habe sie im Kasten. Na, Aufnahme, sehr perfekt. Alles klar, sehr gut. Chef, Chef, wir müssen uns machen. Wir müssen intervenieren, sonst sind Sie weg. Ja, so verstanden. Wir freuen denen einfach. Aufsitzen, fortsetzen. Und dann können wir vielleicht mal endlich hauptnah miterleben, wie das hier aussieht. Vielleicht, weil wir auch gerade kommen. Wir müssen uns nicht mehr mit diesen blöden Interviews hier mit Omas und Ihren Kuchen abgeben. Steigen Sie an alle schon auf. Ja. Okay. Ja, wir stehen jetzt hier also kurz vor dem Dorf, dem Menazir. Äh, die Soldaten rücken bereits ein. Ähm, es scheinen schon Feindmeldungen durchgegangen, äh, durchgegeben worden zu sein. Okay, Fussel, folg uns mal in dem Fahrzeug. Ich nehme die Kamera mit und wir versuchen jetzt mal ein paar Interviews zu ergattern hier. Oh. Wow. Da vorne wird scharf geschossen. Und Kamera läuft. Bisher, wir müssen einfach noch näher ran. Lass uns direkt, direkt an die Front. Das müssen wir aufnehmen. Hast du alles dabei? Ja, ich habe alles dabei. Folg uns in dem Fahrzeug. Oh, shit. Komm, lass uns doch den Steinen da schenken oder so. Äh, ihr Lieben von der Fresse geht mein Deck um. Ich habe alles aufgenommen. Ich habe alles aufgenommen. Ein paar Worte von dir. Fussel. Ich weiß es ja selber nicht. Panik pur. Was ist passiert? Irgendwas ist in die Luft gesprengt worden. Die Soldaten schießen. Wir, wir, wir wissen nicht, was, äh, vor sich geht. Die Schüsse scheinen vom Berg zu kommen. Wurzel, komm her. Ich brauche das Weitwinkelobjektiv. Jetzt komm. Wie, sie dürfen mir nichts sagen. Wir sind doch auch, wir sind doch alles Amerikaner. Ich darf mir trotzdem nichts sagen. Das Einzige, was ich nicht sagen darf, ist, dass ich nicht, nicht reden darf. Ich kann, ich kann dich nicht verarschen. Wie ist die Lage? Das ist mir hier echt zuvor. Verschwinden sie oder... Oh, Beschuss. Beschuss. Annehmen. Ich habe ein Beschuss. Keine Ahnung, wer ist los. Ich habe sofort ein bisschen weg. Ich bin jetzt verarscht. Ich muss mich erst mal hier sammeln mit meinen Jungs und dann können wir mal Feindkontakte kehren. Jemand noch verletzt? Wieder Beschuss. Ja, so verstanden. Kommt irgendwo aus dem Dorf, glaube ich. Es ist alles beschossen, was eine Waffe hat. Egal, ob es zivil oder sonstiges ist. Es wird alles ausgeschaltet. Haben sie das so verstanden? Da ist einer eben gelaufen. Ja, aber stimmt. Das bestätigt das. Und wir ist jetzt in einem Beschuss sehr gut. Was ist das hier los? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, ich habe gerade versucht, Taliban an amerikanische Truppen zu überprüfen. Ja, es scheint so. Helga, die fehlen mir. Wir haben eine Genehmigung. Okay, Jolle, ein paar Worte für unsere Zuschauer. Hier ist die Kamera. Also die Lage ist immer noch weiterhin unklar. Hier kommen andauernd Schüsse rein. Fusseln! Ah, Pulitzer!